Musik Ihr Hunde! Doch wenn du, um einem mütterlichen Verweis auszuweichen, ein Märchen von der Umwälzung der Weltordnung ersinnen und gotteslästerliche Schwüre häufen könntest, um es meinem dir nur allzu gern gläubigen Herzen aufzubürden, so wäre das schindlich. Ich würde dir niemals wieder gut werden. Möge das Reich der Erlösung. Wie? Und sie kommen gleich wohl. Der Welt zum Trotz und ihrer Familie zum Trotz. Und diese lieblichen Erscheinungen sogar zum Trotz. Musik Verzeiht uns. Unsere Verwunderung ist euch unbegreiflich. Wir hatten Grund zu glauben, ihr wäre tot. Ich lebe. Wer ist es? Wer ist es? Das, äh, möchte ich dich erraten lassen. Oberist, Leutnant. Sie haben dem Regiment Ehre gemacht und unseren Ruf gerettet. Aber wer sind die Schandkerle, die den Namen des Kaisers gebrannt macht haben? Ich will sie niederschießen lassen. Mein General, ich bitte um eure Nachsicht. Der Graf. Der Graf? Verschließ die Türen, wir sind für ihn nicht zu Hause. Julietta! Ich bitte dich, Julietta! Wen erwarten wir denn? Der muntere Corsar, der da zur Nachtzeit gelandet ist, wird sich schon finden. Ich verbiete Ihnen das, Julietta. Was freut das doch, Vater? Weg! Mein Vater, so hören Sie dich doch an. Mein Vater, so hören Sie dich doch an. Mein Vater, so hören Sie mich doch an. Mein Vater, so hören Sie mich doch an. Vielen Dank.